nächste folge spaßiges warum folge eins ist online ich hab so viel mittlerweile gewachsen oh mein gut da willius in den chat ich werde den muck hier vergessen ich brauche mehr eisen eisen ist gerade das wichtigste momentan ein bisschen das sogar p2 das ist heftig alter da stand bitte böse enden können aber richtig böse ich höre ein baby zurück was über mir oder irgendwo hier so das kleine viech Kleine Röcker! Da war Schuss drauf Was ist der Pinder oder was? Ähm... Diamante! Das ist eine 8-Rain, ne? Das ist eine 4-Rain! 5-Rain! Zwölf, das ist ein Half-D! Vielleicht sei früh, die schaff ich noch! Ja, aber das sag ich so, wie es ist! Hier würde ich gerne mit Wasser durchgehen! Und da muss es jetzt einfach mal dran glauben, hier! Na, ich glaube, die Konstruktion mit zwei Folgen! Ich muss ja weitergehen, weil hier finde ich hier gore nix mehr! Gore nix, finde ich hier noch! Deswegen... Ich würde das auf jeden Fall erst mal ein kleiner Walk, ne? Ist der Wassermetz gerade gebürnt? Oh mein Gott, ist das dumm! Holy shit! Das war jetzt nicht geplant! Ist das nervig! Voll blöd gelaufen! Ich muss jetzt wohl mit Blöcken da lang! Fütchen HD! Hat den Server als Spektator betreten! Da wird ein Servus rausgeha... Ein Serv... Alter, ich kann nicht... Oh mein Gott! Servus! Das sieht jetzt gar nicht gut aus! Ich will ja nix behaupten, ne? Aber das gefällt mir irgendwie nicht so! Da wird erstmal außen rum gelatscht! Das ist aber auch ne Scheißsituation hier, in der ich mich befinde! Bro, klotz nicht so dumm! Und das gelden wäre mir, dass du keine Chance! Moin Meister! Ich überlebe ich keine Sorge! Brauche ich kein Gap-Essen! Ich brauche kein Gap-Essen, habe ich gesagt! Ich brauche kein Gap-Essen! Ich überlebe das! Oh! Ich hätte es überlebt! Oh! Ich hätte es überlebt! Ja! Ich wäre es auf der Erde! Ich habe... Aber wo ist dieses Loch gespawnt hier, hä? Das kann doch nicht da gewesen sein, schon! ist das nervig ist das sollte ja kultus ist auf mein süßer oder in das wasser auch Ah, er ist ein Big Pig. Ein Backpack einfach. Jungs, ich öffne nochmal den Backpack. So ist das. Nö, es ist anders. Hä? Was burbelst du? Was burbelst du? Jetzt wird Bubble-Tee getrunken, der Mann. Diamanten. Diamanten. Töne. Töne. Und jetzt viert der rein. Ja, da finals instellen. Töne mal etwas zu ändern. Hier kann ich beim Block gebläst, Ultra gehört einfach. Moin, Mann, Niggi, wenn ihr euch fragt, ja, ich darf den Ball shoppen, ich bin selber schwarz, also, ein bisschen, nur weil jetzt mein Penis noch voll dunkel, Alter. Naja, aber ich bin so lange ohne Wasser rumgelaufen, ich darf das Wort shoppen jetzt. Ich lasse mir meinen Ofen wieder mit. Na, hier hat irgendetwas abgebaut, irgendwo sind die, das sag ich. Er hat selber für Spröcke geplaced, sag ich halt, ne? Wie viele? Neuner win. Neuner win. Zitzen. hier unten starb ich schon eine sparerüstung von der ich wahrscheinlich sehr viel brauchen werde so ich versuche jetzt noch einen gap wieder ranzufahren und dann gehe ich hoch und so meine gute pose jetzt auch nicht Kassel, I'm your.